Musik Jetzt will ich mal wissen, wo wir hier hinkommen. Ich meine, wir kämen bei dieser einen Tür da raus, in dem Lach-Kack-Ding ins Kirchen. Wenn wir da rauskommen, hole ich mir gerade noch einen Weinpilz. Ja, sehr gut. Also, was heißt sehr gut? Mhh, vielleicht können wir hier diese komischen Dinger besiegen. Nein, können wir nicht. Stirb. Der Linke war das, oder? Ja, sehr gut. Oh, dann klettern wir hier direkt... Ups. Direkt wieder hoch. Oh, nicht in die Stachel. Das geht, das geht, das geht! Abspeichern. Oh, wir müssen in die Gesichter von denen. Okay. Ich hoffe, es sind nur diese zwei. Oh, das wäre jetzt natürlich sehr geil. Ja, lach. Äh, wein ruhig. Ah, bist du behindert? Komm, lade dich auf, lade dich auf, lade dich auf. Lade dich auf, lade dich auf. Lade dich auf. Das finde ich jetzt natürlich sehr sozial. Anscheinend macht denen das nichts. Lade dich auf, lade dich auf, lade dich auf. Oh, das gibt's. Ne. Keine Ahnung. Was war das denn hier? Was stand denn da? Durchgang verboten, Gefahr in diesem Wald leben, Monster nicht betreten. Naturverwaltung des Dorfes, Bokkus. Dankeschön. Hm. Hm, 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 hm. Wo war das Weineding ins Kirchen? Ja. Ja, ist gut. Das war irgendwo da hinten. Genau. Däh. Ja, 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 ich sterbe gleich. War das hier? Hier oder irgendwo dieser Lebensbrunnen. Nee. Das ist er nicht. Ah, Gott. Irgendwo war dieser Brunnen. Ich meine, hier wäre er auch nicht gewesen. Wenn, dann ist er da oben irgendwo. Nee. Weg hier. Äh, hm, 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 hm. Oh, wir speichern nochmal gerade ab, aber wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Ja. Ja. Und wir haben auch nämlich kein, ähm, äh, äh, Leben mehr. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir demnächst wieder ein paar Leben bekommen. Das war hier auf jeden Fall. Ich kann nicht noch? Ja. Dankeschön. Nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich aber sowas von falsch. Bis jetzt genau auf der anderen Seite. Hallo. Warum dreht sich denn nicht die Knoge? Okay. Nee. Gar nicht wahr. Doch wahr. So. So. Ich bin jetzt hier runter. Ja, da ist es. Wein, Schätzchen. Achso, okay, Wein. Alles klar. Was haben wir denn da drin? Ja, wie, ich will... Ich wollte doch nur da rein. Ich wollte doch nur da rein. Was fehlen mir denn jetzt noch? Was fehlen mir denn jetzt noch? Ach genau, das Schlalalos. Oh mein Gott. Das passt ja gerade mal ganz gut, dass wir hier sind, weil ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Ich meine, wir kommen da jetzt hin. Ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, dass wir jetzt da hinkommen. Ja, komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, sehr gut. Hoch da. Achso, nicht nach Quark. Ich meine, jetzt erst mal das Weinen wieder weg. Normaler Pilz hier. Großes Schlüsselloch. Was finden wir da? Nichts. Äh, mein Gott. Moin, da habe ich das letzte Mal gespeichert. Auf jeden Fall. Vor. Vor dem Weining. Bitte wein, bitte wein, bitte wein. Er macht gar nichts. Oh, er weint. Sehr gut. Ähm. Ja, wir gehen einfach mal wieder hier lang. Geben wir... Das ist wieder so ein Umweg, den ich hier mache. Äh. Äh. Oh, ey, ich kriege Kopfschmerzen, ey. Ich bin voll am Nachdenken. Ach, genau. Ich vergesse diesen Weg hier immer. So. Hier runter. Kamera drehen. Und da ist das Tor. Okay, das ist einfach nur so ein... Ah. Nee. Das ist ungefähr... Oh, Alten. Geile Scheiße. Ähm. Jetzt will ich mal gerade nachgucken, wie viel Käse wir haben. Küse. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir zu diesem großen Schlüssel hingekommen sind, ey. Scheiße. Nee, das war da, genau. Das war mit diesem Fahrding. Und ab hier runter. Nee, 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 nee. Das ist falsch hier. Ich muss mir mal gerade hier was zum Naschen nehmen. Was hab ich denn? Also, mehr oder gar zwei. So. Hier ist hier und so ein Scheiße, ey. Ach, da. Oh. Jetzt muss ich euch mal was fragen. Ihr kennt doch bestimmt Celebrations. Ne? Ähm. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, weil das interessiert mich echt mal brennend, was ihr am liebsten von den Celebrations ist. Esst. Esst. Ja, ist richtig. Ähm. Weil. Meine Lieblingssorte ist Darf Karamell. Das ist richtig geil. Und wenn ihr euch so eine Celebrations-Packung holt, sind ja maximal drei Stück von drin. Maximal. Ich finde das immer so scheiße von dem anderen ganzen Rotz ist da echt das ganze Ding voll. Sonst wäre es ja nicht voll. Aber von Darf und dieses andere. Das ist so ein Haufen. ein Haufen Schokolade mit innen drin, so Knusperzeug drin. Das ist auch ganz selten. Das ist, glaube ich, noch weniger als Darf Karamell da drin. Aber das mag ich auch nicht so. Ja. Ähm. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall essen. Und du kommst da jetzt... Nicht runtergeflogen. Nicht runtergeflogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017